Das im Schatten des Bits verliebt. Den Berg? Ja. In dem Dorf sprechen wir so. Haben Sie den Riefenstall gesehen? Dann haben Sie mich gesehen. Erinnern Sie sich an die Schi-Szene. Der Koffer. Ja. In dieser Szene spielen ich. Mein Vater, meine Fester und meine zwei Brüder. Mein Bruder sieht so gut aus, dass der Regisseur Parts deine Großaufnahme von mir gedreht hat. Herr Major, mein Wort hat mir passiert. Ich kann nicht freuen, dass er bei Wien die Bedingung hat und mir gehofft ist. Ich glaube, es wird so gut sein. Das gibt es bei Lüge. Er war ein Wiener, und er hat sich wesentlich besser ausgespielt. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020